Hey ihr Lieben, ich begrüße euch. Schön, dass ich euch den neuen Relikt kurz vorstellen darf. Ihr habt es eben vielleicht schon in einem oder anderen Sortenbericht gesehen, ansonsten schaut mal rein. Ja, das ist, finde ich, ein ganz kleines handliches Teil, schön zu bedienen, liegt Töne in der Hand, hat ein schönes Gewicht. Ich mache das mal für euch auf hier, ist natürlich versiegelt. So, ich finde auch eine schöne Verpackung, natürlich mit allen Warnhinweisen und ja, alles was man so braucht. Gibt es übrigens in schwarz und in blau, könnt ihr euch mal anschauen. Ist natürlich alles dabei, Kabel, Beschreibung, Ersatzteile, was zum Saubermachen, Pinsel und auch diese kleinen Behälterchen. Das heißt, ich brinde mal für euch was, testen das jetzt einfach mal. Ja, man hat eigentlich den Relikt, macht den oben so auf, relativ leicht. Und das Schöne ist oder das Gute ist, er heizt nicht nur von unten, sondern er heizt wirklich auch von der Seite. Und das macht das Ganze so attraktiv, finde ich. Er ist auch wirklich schnell geladen und schnell sauber zu machen, einfach mit abnehmbarem Mundstück. Und ja, ich fülle jetzt einfach diese kleine Kapsel mit eurem Lieblingsbrokkoli. Und ja, die Kapsel packst du einfach da rein, legen wir da drauf. Also es ist wirklich urschnell, ja, du könntest dir sogar ein paar Kapseln vorbereiten. Genau, also fünfmal drücken und der Relikt ist an und legt auch sofort los mit der Temperatur, die ihr letztes Mal eingestellt habt. Bei mir war es 200 Grad, habe ich eingestellt, wird alles unten angezeigt, könnt ihr schön auf dem Display sehen. So, ich warte, bis der Relikt in meiner Hand wieder vibriert, was er jetzt gerade getan hat. Hm, kommt sehr mild. Mhm, angenehm. Was ich übrigens cool finde ist, schmeckt wirklich sehr geil, aber das liegt natürlich auch am Inhalt. Was ich sehr cool finde ist, dass es auch noch kleine Zusätze gibt, wie zum Beispiel den Bubbler. Ja, ja, den setzt man einfach da auf, das heißt, man nimmt das Ding ab, macht den Bubbler oben drauf, füllt hier Wasser rein, was wir jetzt tun. Und man hat so ein bisschen den Blubber-Effekt, hier ist noch ein bisschen Wasser drin. So, dann hat man so ein bisschen diesen Blubber-Effekt, was ich ganz schön finde. Ja, und noch was, es gibt noch einen anderen Aufsatz als den Bubbler, der Bon-Adapter, auch noch sehr hilfreich, wenn für die Leute, die gerne Bon rauchen, so wie ich, gibt es einfach den Bon-Adapter, den man auch, wie gesagt, hier reinsteckt, auf seine Bon drauf und du kannst durch die Bon vaporisieren. Finde ich wirklich sehr schönes, innovatives und vor allen Dingen auch Preis-Leistungs-Verhältnismäßig sehr gut. Und ja, schaut einfach mal bei norddampf.de rein, bestellt es am besten und probiert es auch aus. Bis dahin. Also ich finde es lecker. Ich ziehe mal so dran. Geht auch. Geht auch.